Es ist okay. Hauptsache man hat Essen, Trinken, ein Dach über dem Kopf, ja. Ich bin halt anders als die anderen, finde ich. Ich weiß nicht, wie es angefangen hat. Die ganze Geschichte mit mir. Herr Jesus Christus, schenke Ihnen Liebe, Weisheit, Kraft, Verständnis füreinander, Vergebungsbereitschaft und ein treues Herz. Ich habe so Angst, ja, wie es mit mir weitergeht, was jetzt passiert. Für Kalle! Ihnen kann doch schön sein. Komm her, du Alter! Hallo! Ich habe mir immer einen kleinen Bruder gewünscht, halt. Geh nicht an meine Klasse, sicherlich. Wird nicht passieren, du weißt es einfach. Oh Gott! Ich war nur auf der Straße. Und jetzt bin ich nur noch bei ihr. Bruder, hör mir zu. Ich bin Rap-Club. Und dann bin ich auf der Straße, falls ihr mal kommt. Mein Name ist Spanner, den Patrick. Ich bin stabil. Was ist ein gutes Leben? Ich habe keine Ahnung davon. Aber die Luft will ich auch mal riechen. Äh! yok